Der VfB Spelldorf ist ein Verein aus dem Stadtteil Spelldorf der Stadt Müllheim an der Ruhr und ist seit der Ende der 1970er Jahre der erfolgreichste Fußballverein der Stadt. Die Vereinsfarben sind grün und weiß. Geschichte Der Verein wurde am 19. Januar 1919 als Nachfolger der vor dem Ersten Weltkrieg existierenden Vereine SC Preußen Spelldorf und BV Rheinland Spelldorf gegründet. In den Jahren 1935 und 1936 qualifizierte sich der VfB Spelldorf jeweils als Meister der Bezirksklasse Niederrhein für die Aufstiegsrunde zur Gauliga. Niederrhein, der damals höchsten Spielklasse, schaffte den Aufstieg jedoch nicht. Bedingt durch den Zweiten Weltkrieg fusionierte der Verein 1943 zunächst mit dem TSV Bräuch 85 und später mit dem Müllheimer SV 07 zur Kriegsspielgemeinschaft KSG Linksruhe. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielte der Verein zuerst 1945, 46. in der Liga um die Bezirksmeisterschaft rechter Niederrhein und danach lange Zeit in der Amateurliga des Fußballverbandes Niederrhein. Dort wurde der Verein 1956 Meister und stieg in die 2. Oberliga Westauf im Jahr darauf jedoch postwendend wieder ab. Zudem nahm der Verein im Aufstiegsjahr an der Endrunde zur Deutschen Amateurmeisterschaft teil, wo man erst im Finale mit 2 zu 3 der SPV GG 03 Neuesenburg unterlag. In den 1960er und 1970er Jahren stieg der VfB Spelldorf mehrfach bis in die Niederungen der Bezirksklasse ab. Nach mehreren Aufstiegen spielte man 1983-84 in der Oberliga Nordrhein. Nach dem zwischenzeitlichen Abstieg bis in die Landesliga gelang dem VfB Spelldorf in der Saison 2004 05 als Meister der Verbandsliga der erneute Aufstieg in die Oberliga Nordrhein. In den zwei darauf folgenden Jahren wurde jeweils der Klassenerhalt in der Oberliga geschafft. Zum Ende der Saison 2007 08 stieg der VfB Spelldorf jedoch wieder in die Niederrheinliga ab. In der Saison 2008 09 gewann der Verein die Meisterschaft in der Niederrheinliga und spielte danach in der mittlerweile wieder aufgelösten NRW-Liga. Am 27. Mai 2009 gewann der Verein durch einen 3 zu 2 Sieg im Finale gegen Rot-Weiß-Essen in deren Georg-Mäches-Stadion den Niederrhein-Pokal und war damit für den DFB-Pokal 2019 qualifiziert. Dort traf man in der ersten Hauptrunde auf den benachbarten Zweitligisten Rot-Weiß-Oberhausen und schied nach einer 0 zu 3 Niederlage aus dem Wettbewerb aus. Das Spiel fand aus Sicherheits- und Kapazitätsgründen in der Duisburger MSV Arena statt. Der VfB Spelldorf gehört dem Kreis 9 des Fußballverbandes Niederrhein an. Die zweite Mannschaft des VfB spielt in der Kreisliga A. Erfolge Meister der Bezirksklasse Niederrhein Meister der Niederrheinliga Deutscher Vize-Amateurmeister Meister der Landesliga Niederrhein Niederrhein-Pokalsieger und Teilnahme am DFB-Pokal 2009. Stadion Die Heimspiele des VfB Spelldorf wurden bis zum Ende der Saison 2009 Zehntel im Stadion am Blötterweg ausgetragen, das 2500 Zuschauern Platz bot. Auf der Platzanlage befand sich auch das Wehre-Insheim des VfB. Das Stadion ist mittlerweile abgerissen worden. Zur Saison 2010 Elftel zog der Verein in eine neue Spielstätte an der Saanerstraße, wo ein Kunstrasenplatz, ein Wehre-Insheim und eine entsprechende Infrastruktur errichtet wurden. Als Motivation für den Umzug wurde die mangelhafte Infrastruktur rund um das Stadion am Blötterweg angeführt. Des Weiteren wurde das Stadion am Blötterweg als nicht tauglich für die NRW-Liga klassifiziert. In der Saison 2009 Zehntel spielte man dort lediglich mit einer Sondergenehmigung. Solange der VfB der klassenhöchste Verein der Stadt Müllheim ist, trägt er seine Heimspiele seit der Saison 2010 Elftel im städtischen Ruhrstadion aus. Das Ruhrstadion, in dem in den 1970er Jahren der erste FC Müllheim seine Spiele in der zweiten Bundesliga bestritt, fasst derzeit 4.999 Zuschauer. Das Stadion wurde zur Saison 2010 Elftel umfangreich modernisiert. In der Saison 2014-2015 Til trug der VfB testweise auch Heimspiele auf der Platzanlage an der Saanerstraße aus, welche im Heimatstadtteil Speldorf liegt. Zugelassen sind ca. 350 Zuschauer. Unter Auflagen darf auch in der Saison 2015-2016 Til an der Saanerstraße gespielt werden. Zu eben jenen Auflagen, die vor allem den Lärm für die Anrainer reduzieren soll, gehört die Anbringung von schallgedämmten Werbebanden und die Verschiebung des Anstoßes um eine halbe Stunde auf 15.30 Uhr. Weiter wird die schlechte Parkplatz-Situation rund um die Sportanlage kritisiert. Fans Seit dem Aufstieg in die Oberliga im Jahr 2005 hat sich im Umfeld des VfB Speldorf eine organisierte Fanszene gebildet. Die meisten Fans des VfB Speldorf kommen aus dem Stadtgebiet von Müllheim an der Ruhr und sind eigentlich Anhänger höherklassiger Traditionsvereine. Gleichzeitig unterstützen sie aber auch den VfB als Verein ihrer Stadt. Seit dem Umzug vom Stadion am Blötterweg ins Ruhrstadion hat der VfB nicht nur mit starken Zuschauereinbrüchen zu kämpfen, sondern auch mit vermehrten Ausschreitungen. Der Verein verhängte in der Vergangenheit mehrere Stadionverbote. Jugend Die Jugendabteilung trägt den Fußballbetrieb an der Sportanlage Sahner Straße aus, welcher ein Groß- und ein Kleinspielfeld aus Kunstrasen sowie zwei Sprunggruben und ein Wehre ins Heim mit Gaststätte beherbergt. 2012 trug der Verein zum ersten Mal ein internationales ULF-Turnier aus, an dem die Jugendmannschaften vom FC Schalke 04, Bayer 04, Leverkusen, Borussia Dortmund, Hannover 96 und Eintracht Frankfurt sowie von Bohemiens Prag, Juulgadens FHJK Helsinki, Vitesse Arnheim und FC Twente Enschüde teilnahmen. Gewinner des Turniers wurde der Hallerscher FC vor der Jugendmannschaft des MSV Duisburg. Am 1. Oktoberwochenende 2013 fand die zweite Ausgabe statt, bei dem sich Rot-Weiß-Essen gegen den FC Schalke 04 durchsetzen konnte. Bei der Erstteilnahme des FC Bayern München 2014 gewann Borussia Dortmund das Turnier gegen den dänischen Klub Koldingiv. Dritter wurde Bayern 04 Leverkusen vor dem FC Schalke 04. Damit waren zum ersten Mal die vier Jugendmannschaften der deutschen Champions-League-Vertreter anwesend. Bekannte Spieler und Trainer Fritz Buchlos, WM-Teilnehmer 1934 und 1938 sowie Olympiateilnehmer 1936. Er bestritt 17er-Länderspiele und ist Rekordspieler des WFV mit 25 Einsätzen. Ernst Kutz-Ora, Schalker Fußballlegende, betreute den VfB Ende der 1940er Jahre kurzfristig als Trainer. Detmar Kramer, bekannt als FIFA-Trainer und Erfolgscoach von Bayern München, war in den 1950er Jahren vorübergehend verantwortlich für die Trainerarbeit am Blötterweg. Theo Klöckner bestritt zweier Länderspiele und 1B-Länderspiel. Hans Wallitzer wurde dreimal in der U23-Nationalmannschaft eingesetzt und galt als einer der besten Torjäger der 70er Jahre. Theo Schmitz wurde als Torwart und Mitglied des VfB 1957 ebenfalls in der U23-Nationalmannschaft eingesetzt. Kurt Zimmermann galt über ein Jahrzehnt als einer der besten Spieler am Niederrhein und war vielfacher Repräsentativspieler. In seiner Glanzzeit schlug er Angebote von FC Schalke 04 und dem Maidericher SV aus. Rudi Seliger spielte in der Oberligaspielzeit 1983-84 beim VfB Spelldorf. Der Fußball-Nationalspieler ließ nach dem Ende seiner Profilaufbahn beim MSV Duisburg sein Fußballerleben beim VfB ausklingen. Werner Schneider agierte in den 1980er Jahren nach seiner Bundesliga-Zeit bei Borussia Dortmund und dem MSV Duisburg als Spielertrainer beim VfB. Willi Hausmann wurde einmal von Sepp Herberger in einem inoffiziellen B-Länderspiel eingesetzt und gehörte zur Auswahlmannschaft des Niederrheins, die 1951 den Ländelpokal gewann. Dirk Röns war der Publikumsliebling der letzten Jahre und treffsicherer Stürmer in der Verbands- und Landesliga. Zwischen 1990 und 2005 traf er exakt 200 Mal für den VfB, bevor er im Alter von 35 Jahren zu TU Selene Essen in die Landesliga wechselte. Mehrfach schlug er Angebote von höherklassigen Vereinen aus, weil er sich beim VfB heimisch fühlte. Dirk Röns war auch lange Zeit Jugendtrainer beim VfB. Michael Blum, für den Karlsruher SC und Hansa Rostock in der 2. Bundesliga aktiv, spielte ein Jahr in der Spelldorfer Jugend. Peter Fenton, Bundesligaspieler beim MSV Duisburg, in der Jugend beim VfB. Ingo Pickennecker, Bundesligaspieler bei Borussia M. Gladbach und dem VfL Bochum, spielte 40-jährig noch eine Saison für den VfB. Thomas Prepper, spielte für den Wuppertaler SV und Hannover 96 in der 2. Bundesliga, ließ beim VfB seine Karriere ausklingen. René Gottwald, Zweitligaspieler bei Hansa Rostock, von 2001 bis 2003 beim VfB aktiv. Lothar Prehn, Bundesligaspieler bei Bayer Uerding. Marcel Potzzos, Bundesligaspieler bei Borussia M. Gladbach, spielte 2012 einmal für den VfB. Stefan Schmielewski, Zweitligaspieler bei Rot-Weiß Essen, U18-Nationalspieler, spielte in der Jugend für den VfB. Torsten Schmielewski, Bundesligaspieler für Bayer Uerdingen, U21-Nationalspieler, spielte in der Jugend für den VfB. Günter Schlipper, Bundesligaspieler für den 1. FC Köln und Schalke 04, spielte 1985-86 eine Saison beim VfB. Torsten Schmugge, Zweitligaspieler für den Wuppertaler SV, 1. FC Saarbrücken, VfL Bochum und Wattenscheid 09, ließ seine Karriere beim VfB ausklingen. Hans-Günter Bruns, ehemaliger Bundesligaspieler von Borussia Mönchengladbach, trainierte den VfB in den 80er Jahren. Dirk Pusch, Zweitligaspieler für Rot-Weiß Essen und den Wuppertaler SV, 1998-2002 VfB-Trainer. Frank Kurt, ehemals Torwart von Rot-Weiß Essen und Fortuna Düsseldorf, 2002-04 Trainer des VfB. Peter Kunkel, zehn Jahre Zweitligaspieler für Wattenscheid 09, 2009-11 Trainer des VfB. Michael Klaus, Bundesligaspieler für Bayer Uerdingen und den VfL Bochum, von 2003-2009 Sportlicher Leiter des VfB.